noch gar nicht so weit und ich bin oder irgendwie gefahren ja ist mein hobby irgendwo gegen zu fahren mache ich tagtäglich und ja geil was mache ich ich fahre weiter und gegen und hier ist die hesslige irgendwas kreatur das ist eine reine gar nicht so viel aus ja das ist hier ja das springen aus dem fenster jage und eliminieren weil ich habe polizeiwagen komm her jetzt kann ich ungestraft jeden anschließen ja du hässliger wagen er kommt mir jetzt gerade nicht mehr ja weg hier schon polizei wagen polizei wagen weg hier polizei weg wie schnell fährt der denn schützt keine munition für den idioten verschwenden also nicht wirklich ja komm geil jetzt kommt ja die serena hat jetzt eine macke wisse bin wir nämlich netzchen wird ich bin natürlich das anhört boah wie ultra übertreibe ich wie und natürlich wie gas gibt der denn komm wenn ich was daneben dran schon gibt da unnatürlich chaos macht die jeden platz ja geil okay jetzt aber jetzt am arsch und ich bin jetzt am arsch ich muss da jetzt in blöder posten stehen und die paires am qualen mal wieder ey ne komm her ich hab jetzt keinen Bock so weit weg zu fahren komm her ja bruce ist durchgeknallt aber ja er ist durchgeknallt mir kann ich nicht sagen mann wo ist der idiot kann da nicht mal stehen bleiben da irgendwo gegen fahren so blöd kann man doch heutzutage sein so blöd bin ich doch auch die ganze zeit ja ja geil meine karre ist noch am brennen ey das passt jetzt auch so super ja super geil ja scheiße ich werde ist denn der jetzt weg scheiße ist er auch natürlich weit weg mit ist er jetzt ja noch auf der brücke zum glück mann genau jetzt geht meine karren flamme auf und explodiert einfach super so da ist der hässliche haha ich komme dir hässliches schwein bam komm jetzt stört hier muss eine runde sterben komm sterben kann auch nicht so schwer sein fliege zu früh so was mach ich da wohl ja da lebt noch ja komm renn renn du hässlicher hat immer nicht viel gebracht moa ha 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 ich brauche ein taxi aber okay um ja superboardsiffert Buh Bleib stehen, ich will zu Bruce gefahren. Brucey, yay! Überspringen! So. Easy as can be. See you. I'm ready for fucking anything. Are you all right? You seem a little tense. Sorry, I'm just juicing. Makes me a little... pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really... mal. Be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Shitty, man. Now, look. It's really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now, listen. That guy Lyle had a car where I steal. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steiner. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay. I'll just go take care of it there. Yeah! Bye! Boah, that guy really train the whole day. Yeah! Bye! Bye! I can do that! I've already got my car now, and I could take a lot of cars. I can't drive too much for it. Yeah, I should take a taxi! Yeah, I'm gonna take a taxi. Yeah, I'm going to get a car now. I am going to go to Yorktown Avenue. Yeah, I'm going to drive to the goal. Alright, let's do it. Let's go. Let's go. Ja, ne, nicht wieder. Und, ja. Was soll ich hier machen? Hinter. Geh hinten rum, um den Wagen zu holen, ja. Ja, komm, geh. Blöder Baum. Das jetzt? Oh, scheiße, jetzt sind irgendwelche Idioten. Ja, und von hinten auch noch. Geil. Ja, erschieß mich. Ja, komm, erschieß mich. Ah, die Polizei ist auf meiner Seite. Oh, geil. Ne, komm, dreh dich um. Stürb, so hässlich. Ah, stirb, 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 stirb. Und du hier auch. So, jetzt kann ich im Missgeburt nicht viel machen. Oh, jetzt kann ich mir den Zünder aufheben. Schön, schön, schön. Ja, Manni. Geld. Wer schießt auf mich? Mehr von, ja, noch mehr von den Idioten. Scheiße, jetzt ist noch ein blöder Fahndungslevel. Ey. Jetzt kannst du nicht laufen. Okay, jetzt sind wir hin und weg hier. Ja, ich bin fast tot. Ja, super. Oh, wie ich da weggeflogen ist. Scheiße, von Sonnenbohlenwagen. Okay. Ja, hab ich eh verloren. Oh, die Karin will er nicht haben. Die ist eh schon total demoniert. Ja, komm, bremst, 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 bremst. Ja, ich fahre noch in die Laterne rein. Okay, ich riskiere es. Geil. Das muss ich irgendwie speichern. Und ja, ich fahre noch weiter dagegen. So, wer diese scheiß Karin hat, die bringt's ja gar nicht. Oh, Mann. Dafür gibt man mir noch ein paar Dollar und wette ich drum. Boah, ist die Karin am Arsch. Ja, und er gibt mir dafür 3.500. Geil, ich hab schon 10.000. Zusammengekratzt. Bloos, ja, rufe an. Das war's. Ich brauch was kurz zu fressen und ich würd sagen, ich hol mir mal ein bisschen Money. Ich kann mir eigene Musik reinpacken. Mach ich vielleicht demnächst. Ist auch die andere Lampe am Arsch. Ja, Waffe weg. Ja, wo ist die Ausbildung der jetzt? Ein eiskalter Motherfucker, wie könnte er gut Kohle als Ordnungshüter verdienen, Alter. Ja, Alter, die Cops vergeben ihre Arbeit jetzt an Subunternehmen weiter. Sieh mal nächstes Mal nach, wenn du einen Polizeicomputer hast. Ja, schön. Nein. Weg damit. Burger fressen. Ah, das hat ja Blut an der ganzen Jacke. Ja, mir ist das Blut weg, weil er gegessen hat. Realismus pur. Was? Okay, woßt am Moneyladen. ...